Ich liebe das Lied. I know where you're at, I bet she's around, and yeah, I know it's stupid, but just gotta see it for myself, I'm in the corner watching you kiss her, oh, and I'm right over here, why can't you see me, oh, and I'm giving my own, but I'm not the one you're taking home, oh, I keep dancing on my own, so far away, but still so near, the lights come on, the music dies, but you don't see me standing here, I just came to say goodbye, I'm in the corner watching you kiss her, oh, and I'm giving it my own, and I'm not the guy you're taking home, ooh, ooh, I keep dancing on my own, oh, nah, I'm in the corner watching you kiss her, oh, nah, and right over here, oh, why can't you see me, oh, oh, Oh yeah! I'm giving it my all But I'm not the one you're taking home I keep dancing on my own Wow! Paul, Katharina und Alice Was für Stimmen ihr habt Diesen Song, so viel Gefühl Hier wird abgeklatscht, wie ihr sehen könnt Lena ist völlig durch den Wind Ich bin schon wieder aus dem Häuschen Erzähl! Ja mega, das war ein super, super Battle Die ersten Töne gingen los und ich so zu Michi Ich liebe den Song Also wirklich, Alice, es war unglaublich Ich kann es nicht fassen Ich kann es nicht fassen, wie gut das war Wirklich, ich kann es nicht glauben Die Michael Patrick Kelly Schule Unglaublich Wow, wow, wow Also Alice, Paul und Katharina Ihr habt seit dem Coaching eine Wahnsinnsentwicklung gemacht Paul, ich finde, du hast dich wirklich gut durchgeschlagen Ich meine, du bist mitten im Stimmbruch Und wie du das jetzt gemeistert hast Auch der hohe Ton da in der Mitte Chapeau Und dann noch in die Gitarre reingehauen Ich würde uns auf jeden Fall Einen Einzelapplaus War gut Katharina, wir haben beim Coaching daran gearbeitet Dass du ein bisschen mehr Volumen in der Stimme bringst Das haben wir heute Abend gehört Da freue ich mich, dass du wirklich diese Tipps aufnimmst Und auch umsetzt, wenn es darauf ankommt Also du kriegst auch ein Big Applaus für Katharina Alice, das war wirklich der Hammer Also ich hatte auch wie Lena Chicken Skin, Goosebumps, Gänsehaut Großartig Ja, Michi und Smudo Das ist eine schwierige Entscheidung Also ich bin Fan von Paul Ich finde es einfach krass, wie du so lässig einfach da gestanden hast Es ist so ein bisschen ähnlich wie Ed Sheeran Ed Sheeran steht alleine auf der Bühne Weil er alleine mit seiner Stimme und mit der Gitarre schon alles fühlt Und das machst du auch Also ich finde Katharina und Alice hat es auch mega gemacht Aber heute bin ich Team Paul Danke, vielen Dank Paul, du hast auch bei der Blind Edition mit deinem eigenen Song so gut performt Ich bin auch echt ein Fan von Paul gewesen von Anfang an Aber ich muss trotzdem auch sagen, dass mich Alice heute echt von der Stimme als sie angefangen ist zu singen Das war wirklich absurd Smudo, das ist natürlich nicht einfach sich da zu entscheiden Aber leider liegt diese Aufgabe bei euch Ja Alle drei haben extra Spezialfeatures, die sie wirklich auszeichnen und die einen Platz haben im Schaugeschäft Katha, du bist sehr schüchtern gestartet und du hast jetzt wirklich sehr viel Emotionen gezeigt Du hast durch deine Gestalt und wie du singst und den ganzen Ausdruck, die Fähigkeit sehr viel Emotionen mit in die Bühne zu bringen Das ist dein Talent Und Paul, klar, Paul hat die Mischung aus Stan Laurel und Ed Sheeran Indisch ist ein Künstler, der ist schon da und fertig und der wächst gerade Das ist wirklich total spannend zu sehen und das sieht man auch in deiner Performance und das ist der Zauber auch, finde ich Das ist etwas, was für mich ganz arg Paul ist Und Alice, wenn du dich bewegst und singst, da sind viele so Hilfsbewegungen dabei und so Technik, die dir hilft sicher auch, den Stand zu finden, die Stimme Aber losgelöst davon hast du eine unglaublich starke Stimme und ein tierisches Talent und was immer auch hier passiert und was wir uns überlegen Ihr drei seid ganz starke Leute und bleibt bei dem für jeden von euch sehe ich in irgendeiner Form da eine Zukunft Der Michi versucht jetzt wirklich nochmal dem Smudo was ins Ohr zu flüstern Okay, wer sagt's? Du Ich Du Okay Ihr wart alle drei super stark Aber wir entscheiden uns für das Talent, was künstlerisch uns am meisten vielversprechend vorkommt Heute und hier Ist es der Junge mit der Gitarre Paul Oh mein g... Du bist nicht Single Damit habe ich jetzt am wenigsten gerechnet Ah Du 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 Du